Hallo Freunde, was gab? Hier ist euer Lukas Show und heute, es haben sich ein paar von euch gewünscht, dass ich nochmal einen Soundtrack 1.0 EE auf diesen Laufsprechern mit dem Lied und der KF Big Quit Talking About Nothing, hier sieht man es, mache mit diesem Mischpult hier, dem Verstärker So, hier ist der andere Lautsprecher und hier haben wir den alten, guten Blaupunkt Zabwoofer GT Series Oh Mann ey, kennt man hier wieder nichts, wartet mal ganz kurz, ich mache hier kurz mal, versuche ich mal mit der Lampe, das ist ein bisschen zu beleuchten hier unten Ah, geht doch besser, oder? Hier, GT Series, Blaupunkt 1000 Watt, ähm, MPA liefert Toxic TX-1000 So, und jetzt nehmen wir einfach das Lied und ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei Ganz kurz noch zur Erklärung, das ist der Regler für den Zabwoofer, den habe ich einfach mal hier per Kopfhöreranschluss hier reingestöpselt Hier ist die Lautstärke für die Lautsprecher, hier stehen die Rädchen auf Mitte, wie immer Hier, Lautstärke Max, hier auch Max, Max, Max und hier oben Minus So, hier haben wir auch alles eingestellt, im Computer drehen wir auch auf und starten einfach mal das Lied Wir machen eine Runde ohne, ähm, Subwoofer und eine mit Subwoofer, damit ihr mal vielleicht den Unterschied hören könnt Viel Spaß dabei, euer Lukas schon Ey, geh doch Outro Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hoffe, man konnte es erkennen, wo ich das ans Netz gehalten habe, um euch zu zeigen, wie das Ganze schwingt. Das Lied macht schon ganz schön Spaß, muss man sagen. Das kann man auch schön mal für Soundtricks, Tests und Überlastung nehmen. Danke für den Tipp nochmal. Ich wurde per E-Mail-Adresse angeschrieben und denkt an das Desinfektionsmittel aus dem letzten Video. Die Boxen riechen hier, meine ich, seltsam. Nee, ist doch alles okay, weil es hier schon ein bisschen, nicht so warm, aber wir... Das Milchpult riecht hier ein bisschen schon angekokelt, muss man sagen. Leider. Hier riecht es. Können wir mal ein bisschen Subwoofer auf, hier auf Hälfte. Die Boxen riecht es. Die Boxen riecht es. Die Boxen riecht es. Die Boxen riecht es. Das einen Quartierk께서 einen Quartier zu verwenden. Die Boxen riecht es. Jetzt mal nur den Zap-Wufer! Jetzt ist mir der Zap an. Ja, ist klar. Hier wackeln die ganzen Schränke. Einfach hier die Türen klappern. Lasst euch davon nicht stören. Ich weiß gar nicht, ob ich das Video so rausstellen kann oder ob ich das Lied zerschneiden muss. Weil ich das so lange spiele. Egal. Wenn ja, dann ist es Siez kaputtgeschnitten oder ich ersetze es durch ein anderes. Das Mischpult hier ist aber schon warm. Hier ist es der Verstecker. Ich muss jetzt mal Schluss machen. Nicht, dass mir hier noch irgendwas durchbrennt. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Lukas Show.